Vielleicht auch, wie er sagen möchte, ich bin ein junger Rebell, ich bin eine junge Rebellin und mein Rebellensein findet so oder so Platz oder nicht Platz. Braut sich jemand, möchte jemand? Thomas? Vielleicht nur ganz kurz, weil das mit dem Rebellen angesprochen worden ist und das 68er Jahre natürlich ständig wieder heraufzitiert wird. Sehr viele von damals sind heute Bankdirektoren und ähnliches. Auch wie es die Uli schon gesagt hat, Rebell sein bedeutet vielleicht nicht nur, es bedeutet vielleicht vor allem auch in der Jugendzeit mal anders zu denken und auch etwas anders auszuprobieren, was zum Jugendsein irgendwie dazugehört. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man sich dann bestimmte Gedanken dann auch noch im Kopf behält und nachher dementsprechend weiterlebt und dann nicht eben zum Bankdirektor wird, zum Beispiel. Ich glaube, jetzt habe ich mich nicht auf der Rede. Ich denke, ich bin ein Riebelle, ein Riebelle, ein Riebelle, ein Riebelle ist, Vielen Dank. 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 Die generazione der ihre Eltern, die nachdem ihr in einer Art nicht provinciationen waren, weil die Schöneinheit der 68-Bolzano war, ich bin mir von Merano-Bolzano, weil es die Brücke gibt, weil es interessiert sind. Ok, va bene, ma adesso quella generazione lì è quella che vi invita alla omologazione più piega e quindi, ma non sono solo i 63, è quello che c'era prima, cioè se io volevo fare una carriera della democrazia cristiana, era lì pronta, sapendo leggere e scrivere, parlare italiano perché mia mamma venia da Lumbria, bastava poco per fare una strepitosa carriera politica. Per esempio, se alcuni di noi forse hanno sbagliato, hanno detto, tenetevi le vostre logiche di potere, io voglio una vita più bella, ma adesso perché mai dovreste ribellarvi? È sufficiente che facciate parte di una qualche tribù, di destra, di sinistra, di centro, di Vospartei, o qualche lobby, non importa, tutti compresi, avete un futuro assicurato, se poi siete anche figli di, eccetera, ma perché mai? Quindi rimane solo una condizione resistenziale di disagio nella quale forse qualsiasi essere umano si trova quando deve chinare il capo e dire troppi sì in continuazione e quindi non riesce neanche a esplicitare quello che potrebbe dare sul piano professionale, sul piano umano. Quindi o uno si muove a quel livello lì e comincia a dire dei no, ma senza necessariamente diventare uno strambo, senza necessariamente, secondo me, neanche esplicitare tutte le sue condizioni sessuali, nessuno va a chiedere agli eteri sessuali i loro costumi sessuali. Non ho mai capito perché invece ad altre persone bisogna dirlo, chiederlo, fare i gruppi, eccetera. Allora ci sono dei modi per essere ribelli, ognuno cerca il suo congeniale e io ripropongo quello politico e sto ancora aspettando che salti fuori ogni tanto una generazione non necessariamente uguale a come eravamo noi che gli dica un bel no alle segreterie di partito che ti propongono di qui al 2200 le liste già pronte, eccetera. Alle personcine che hanno tutti i loro giri di soldi da distribuire, eccetera. All'interno del lavoro hai delle buone idee e devi piegarti perché se no non fai carriera. C'è un signor Kettmeier che diceva che in attuale si può diventare liberi, veramente liberi, verso i 50 anni. Beh, insomma, mi sembra che sia triste. Sì, seguendo questi spunti riguardo alla definizione in positivo di come si può apprendere ad essere ribelli, nel senso di essere capaci di essere una voce contro e vorrei intanto introdurre Patrizia Trincanato che ho già detto prima che viene da una storia di ribellione ed è approdata addirittura ai piani del potere politico e quindi dal punto di vista di un ribelle il massimo dell'inquadramento, diciamo così. E' già le due cose. No, non lo so, poi ne discutiamo. E appunto seguendo questo filone, normalmente quando si nominano i ribelli l'idea è come si controllano, cosa fa la società per difendersi dai ribelli. Invece entrando nel filone positivo, la domanda è come si può in Alto Adige, a Bolzano, evitare che siano una specie di distinzione, no? Allora, forse vedere degli scenari come educare, come creare una cultura della voce contro in Alto Adige, a Bolzano. Certo, non c'è la ricetta, ma questo potrebbe essere. Piacerebbe sentire, intanto se condivide questa idea che a Bolzano sia più introdotta dagli ospiti, che a Bolzano in Alto Adige sia più difficile essere contro, se la condivide. E in caso la condivida, che ci possa dire cosa si potrebbe fare in questo senso. Domanda un po' forse grossa. Ma abbiamo messo anche una frase, che forse è la sua opinione. Ah sì, perché in Alto Adige non si trovano ribelli o forse non ci sono più. Oppure sono sotto protezione del WWF, no? Che è farina del suo sacco, più o meno, no? Ma che c'era, c'era, c'era. Più o meno, no? Non era solo più. Era soltanto per introdurre l'argomento anche in positivo. Ecco, c'è qualcosa che si può dire su questo argomento? Se mi darvi il caffè? Ah, esattamente. Allora, sì, la domanda è molto complessa. Innanzitutto voglio dire che essere ribelli, per fortuna di ribelli ce ne sono stati tanti nella nostra storia, perché insomma senza i ribelli penso che non saremmo qui adesso. Vabbè, detto questo, io credo che appunto a Bolzana, nella nostra provincia, le ragazze e i ragazzi non sono più ribelli, più di tanto, ma perché? Perché credo che un buon ribelle sia una persona che lotta contro il potere, che sia quello politico, familiare, istituzionale, scolastico, dei vigili, urbani, in ogni caso lotta contro un potere. E credo che in questi ultimi anni il potere si sia allontanato molto dalla politica. Allora, lei ha detto una ribelle che è diventata una donna di potere, non è proprio così. Ecco, il potere si è allontanato sempre di più dalla politica, il potere è più vicino all'economia, è più vicino ad altre scelte, insomma, ma alla politica sempre di meno. Per cui è difficile per i ragazzi essere ribelli, nel senso, lottare contro il preside, oppure contro l'assessore di turno, oppure è difficile perché non lo identificano con il potere, giustamente. Per cui risulta veramente difficile essere ribelli. E poi noi siamo noi, istituzione, diciamo, siamo a caccia di ribelli. Benvengano i ribelli, che ci chiedano spazi per loro, che ci chiedano luoghi di quello che volete, che ci chiedano... Alla porta del comune non sono mai arrivati i giovani a fare richieste, ma perché non riconoscono il comune come il potere che può dare loro queste cose. O forse perché sono interessati a questioni molto più grandi, non lo so. Però il fatto di riuscire ad arginarli i ribelli, non abbiamo questo problema. Ma ecco, forse ci sono più ribelli silenziosi, gli educatori l'hanno detto prima, più privati, dove fanno scelte di vita diverse, dove non c'è il senso dell'aggregazione per ottenere qualche cosa. Vivono la propria ribellione, appunto, magari con le birre, oppure scrivendo, graffitando sui muri. Quindi, per carità, giustamente, ognuno poi ha la propria ribellione. Però non c'è più questa spinta di forza comune di giovani per ottenere qualche cosa. E forse noi dobbiamo farci anche delle domande su questo. se effettivamente ai giovani possiamo dare qualcosa o no, insomma. Tra i diri qualcosa? Certo. Posso dare un po' io dopo? Allora, noi anche prima e anche dopo l'occupazione eravamo tipo quasi dieci volte al comune a chiedervi una casa o qualcosa, un spazio libero, dove possiamo fare qualcosa, ma autogestiti. Non ci hanno mai dato qualcosa. In comune di Bolzano, anche di Fie, adesso a Fie ha qualcosa, ma adesso l'hanno chiuso. Perché io sono di Fie. Boh, noi l'unica cosa che possiamo fare è occupare qualcosa. Lì dopo la metà della gente non vuole fare qualcosa perché ha paura dei sbiri, perché vengono lì con i mangeloni, con le pistole. Io avevo 14 anni quando ero lì all'occupazione. Un sbiri è venuto davanti a me con la pistola in mano. Non so. E il comune non ci ha dato mai qualcosa. Neanche una piccola saletta per fare concerti, per fare serate film. Perché noi pensiamo in modo diverso. Ma questo non è un rischio? Il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo, il vostro fordere la politica a disposizione. E il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo. È un rischio, è un rischio, è un rischio. È un rischio, ma... Il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo. Il vostro fordere un luogo, il vostro fordere un luogo al luogo. Io non voglio fare un luogo. schaffen, es ist eine Lösung, eine Notlösung, um Freiraum zu schaffen. Der Peter Kohler hat mir auch so beim Vorgespräch so einen sehr kritischen Ansatz eigentlich auch in Bezug auf das, was Jugendarbeit organisiert, nämlich Räume für euch, versucht zu erklären und ich möchte das auch nochmal mit zwei Bildern einläuten, das Jugendhaus Kassiläum zum Beispiel wirbt auf der Homepage mit dem Spruch, bei uns gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich verstehe da, wir haben alle Angebote für mögliche Hausbesetzer, für andere Jugendliche und so weiter. Peter Kohler, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagt Peter Kohler, es gibt keinen Platz mehr für Rebellen, alles Rebellische, wird sofort von professionellen Antworten wie Hauskassiläum aufgesaugt. Der Preis der professionellen Jugendarbeit ist die Pädagogisierung der Adoleszenz. Entschuldigung, hast du mich gerade zugegeben? Ich habe ihn schon zugegeben. Eine Antwort, die ich vielleicht jetzt geben kann, ist genau die, ob die Jugendarbeit zu viel die Politik auch zu viel treibfuscht oder ob ihr eher die Freiraum einfach ruhen möchtet. So, das wäre ungefähr der Punkt, Peter. Ja, also das mit dem Jugendhaus Kassiläum habe ich nicht gesagt. Ich habe das Jugendhaus Kassiläum auch öffentlich verunstattet. Ihr locht uns auf die falsche Ferte. Es müsste eigentlich gar nicht haus und Platz für Rebellen, weil es gibt keine Rebellen mehr in der Gesellschaft. Es gibt Rebellen in der Ukraine, in Südamerika, in China vielleicht, aber das System ist so perfektioniert, dass man höchstens eine halbe Stunde Rebell sein kann. Bevor man niedergeknüppelt hat. Genau. Und die nächste Antwort wird lieb, dass Max eigentlich richtig verstanden hat. Wenn die Insel wieder aufgesperrt, wärst du zufrieden? Nein. Nein, war ich nicht zufrieden. Okay. Du möchtest denken? Es war ein Umfang. Ja. Aber die Insel war von mir aus gesehen ein selbstverwalteter Ort. Er ist von uns, für uns gemacht worden. Aber das wäre ein erster Anblick. Das wäre... Das wäre ein Anblick. Peter, einen Moment. Vielleicht viele kennen die Insel nicht. Max, dass du kurz erklärst, was ist das? Die Insel war also bis vor kurzem das Jugendzentrum von Völz. Es ist ein neues Jugendzentrum von Völz. Aber es ist die Woche von 2 bis 7 geöffnet. Also für mich ist das nicht ein Jugendzentrum. Für mich ist sowas, wo man hingehen kann um Karten zu spielen, wie ein paar oder so. Für mich ist ein Jugendzentrum, was an Aufwand, wo man hingehen kann, wenn man Probleme mit seinen Kollegen reden kann. Wo man einfach gemütlich beisammen sein kann, ohne gestört zu werden. Wieso haben sie das zugesperrt? Weil die Gemeinde und die Karabiniere von Völz und Grün. Weil noch... Praktisch... Es war... Noch irgendein... Ich weiß nicht mehr was... Noch ein Wolkensteinritt war... War ich da noch im Jugendzentrum? Und da sind halt die Öffnungszeiten überschritten worden. Und es war... Vielleicht eine Gruppe von 5 Leuten. Ich weiß nicht wie viele es waren. Ich war nicht dabei. Ich war zu der Zeit irgendwo anders. Und deswegen... Es war halt eine Gruppe, die in der Umgebung ein bisschen randaliert haben. Was sie eigentlich schlecht finden. Gerade in der Umgebung von solchen Zentren, die einfach nicht gewusst haben, was sie machen. Und deswegen ist es jetzt gesperrt. Ich glaube, wenn wir den Diskurs mit den Rebellen auftun, hört sie mir lauter, dann ist das eigentlich ein Diskurs der vorbei ist. Und das, was jetzt passiert ist, ist all das, was Jugendliche machen, das auffällt, wird in einem negativen Kontext wieder repräsentiert. Und verhindert so, dass Jugendliche überhaupt so etwas wie Verantwortung übergeben bekommen. Aus diesem Grund sitzen da als Erwachsenen keine Jugendlichen. Ja. Wir sollten heute über Jugend und Soziales diskutieren und nicht über Rebellen. Weil die Rebellen uns vielleicht nostalgisch noch interessieren. Weil wir halt so 68er Nostalgiker sind, die selber nicht mitgemacht haben. Und die wahre Frage ist die, was passiert mit Jugendlichen in der Gesellschaft? Und das, was passiert ist, ist, dass sie dauernd in einem negativen Kontext gesteckt werden. Und über diese negativen Images, was von Jugendlichen entstehen, indem man sagt, es gibt jede Menge Banks, und indem man sagt, sie berauschen sich dauernd und sie haben nichts anderes im Kopf, als angepasst zu sein und so weiter, verhindert man, dass sie Legitimation bekommen, um selber die Verantwortung übernehmen zu können. Und das ist der Trick des Systems. Deswegen gibt es Jugendarbeiter. Deswegen gibt es Jugendzentren. Deswegen gibt es eine Mark der Pädagogik, die diese ganze Geschichte beseelt. Bis hin zu Streetwork, was in die Richtung arbeitet. Und das funktioniert in dem System gar nicht anders. Was wäre dann das Ziel, dass ihr euch abschaffen müsstet? Nein, also, ich habe einmal ein längeres Gespräch gehabt mit einem, bis lang in die Nacht, mit einem Philosophen auf der Uni, der irgendwann gesagt hat, es ist egal, was du liest. Irgendwann bist du bei Modrillard und wenn du das liest, hast verstanden, dass es eigentlich nie anders gehen wird, als innerhalb des Systems zu bleiben, um irgendwelche Veränderungen entstehen zu lassen. Das heißt, wenn etwas gelingt, dann nur insofern, dass wir uns so weiterentwickeln, dass die Konflikte sich auflösen. Und wenn sich die Konflikte zwischen den Generationen auflösen, gibt es wieder Platz für Jugend. Aber die Reibungsdiskurse, in denen wir immer noch nachlaufen, dass wir glauben, es muss so viel wie möglich protestiert werden, die nützen alle zur Erhaltung. Und wenn man sich weiterentwickeln will, müsste man eigentlich Harmonisierungen finden. Und das heißt, man müsste viel mehr Orte finden, wo sich die Alten mit den Jungen treffen und sich austauschen. Aber nicht nur mit zwei Bands, die man in die erste Linie stellt und einmal die so reden lässt. Sondern da müssen es gleichwertige Diskussionen sein, aber die nicht sensationell besetzt sein. Sondern da muss man sagen, wo gibt es die Orte der Begegnung? Und es gibt nicht viele. Eigentlich gibt es gar keine.